Als die Schweizer Allianz Gentechfrei vor rund einem Jahr die ersten Ideen zu einem Symposium zum Thema 20 Jahre Gentechnik und Landwirtschaft wälzte, kam auch schnell das Thema Gentechnik in Entwicklungsländern auf. Die Hälfte aller pflanzen, gentechnisch fremden Pflanzen im Anbau ist Soja, also Futtermittel für Tiere und Mais auch als Treibstoff für Autos und Baumwolle für Kleider. Also eigentlich alles Pflanzen, die nicht direkt als Nahrungsmittel gebraucht werden und damit auch nicht wirklich Hunger bekämpfen. On s'est précipité dans cette Technologie au Burkina. On a vu le réveil de la Medaille. Aujourd'hui on a vu qu'il faut beaucoup de tests. Ça veut dire la plante est toujours en train de muter en autre chose. Donc ça veut dire que c'est effektivement précipité. On n'a pas pris le temps qu'il faut. So this long-term process, which we've called democratizing food and agricultural research, it's an international program in which we facilitating a rethink of research for the public good by, with and for citizens. Es gibt die deutsche Akademie der Naturwissenschaften, die amerikanische Akademie der Naturwissenschaften, der schweizerischen Nationalfonds. Sie kommen alle zum gleichen Schluss. Und sie sagen, gentechnisch veränderte Pflanzen haben die gleichen Risiken wie conventionell gezüchtete Pflanzen. So I think we have a problem of definition of such a risk. We don't understand it at all in the same way. And what I found is that overwhelmingly, the meta-analyses that look at a large number of side-by-side comparisons are one-year studies. The next largest group, but much smaller, is a two-year study. And at most, there's one or two four-year studies. So they're very, very short-term, but they're larger in number. Und ich bin völlig ein ent-tabuisierter Mensch. Ich will alles offen diskutieren, Vorteile, Nachteile. Wir müssen die Türe offen lassen, dass das diskutiert werden kann. Mais c'est juste une question de bon sens. A chaque OGM, c'est herbicide. A chaque OGM, beaucoup de choses qui se greffent dessus. Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on réserve pour nos générations futures? Wir werden weiterhin dieses Feld analysieren. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie mit landwirtschaftlichen Produkten draussen einzuladen, sich zu verpflegen. Ich nehme an, es ist alles gentechfrei und biologisch. Und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen guten Essen. Applaus Vielen Dank.